Der FC Bayern München hat soeben die Verpflichtung vom 17-jährigen Top-Talent Nestori Irankunda für 3,4 Millionen Euro bekannt gegeben und in diesem Video möchte ich euch den Spieler mal ein bisschen näher bringen. Das Gerücht um den Transfer gibt es ja eigentlich schon seit Anfang des Jahres, nun ist es aber offiziell und somit wechselt der Junge rechts außen dann im kommenden Sommer nach München. Zu dem Zeitpunkt wird er dann die Erfahrung aus drei vollen Saisons aus der ersten australischen Liga, der A-League, bei Adelaide United mitbringen. Wobei man sagen muss, er wurde jetzt echt behutsam aufgebaut. Also 21-22 wurde er nur eingewechselt, hat er drei Tore in elf Spielen gemacht und sogar nur in 183 Spielminuten. Saison darauf 22-23 in 19 Spielen, fünf Tore und zwei Vorlagen in 488 Minuten. Und in der aktuellen Saison ist es tatsächlich so, dass er das erste Mal Stammspieler ist. Zuvor wurde er eben meist nur eingewechselt, jetzt ist er auch in der Startelf vorzufinden. Derzeit nur ein Saisontor bis, ja okay, was heißt nur ein Tor in drei Spielen ist absolut okay für ihn. Dafür auch noch eine gelb-rote Karte, die aber auch ein bisschen fragwürdig war und mehr oder weniger aber auch noch seinen Ehrgeiz unterstrichen hat, immer gewinnen zu wollen. Aber gut, das soweit zu seinen Leistungsdaten. Man kann auch sagen, in der U17 von Australien, wo er aktuell noch spielt, hat er in sieben Spielen elf Tore vorzuweisen. Also man sieht da ganz klar, gegen einen Spieler aus seiner Altersgruppe ist er ganz klar überlegen. Aber auch auf dem Niveau mit den Erwachsenen, sag ich jetzt mal, kann er mithalten und ist jetzt ab dieser Saison Stammspieler und wird mit seiner interessanten Spielweise auch ein elementarer Bestandteil seiner Mannschaft in der kommenden Saison sein. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie er sich da macht und wie er sich entwickelt und dann bei Bayern eben im Sommer aufschlägt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, aber sprechen wir nochmal ein bisschen mehr über den Spieler an sich, sein Profil, seine Stärken und Schwächen. Und da fangen wir erstmal an mit seinen physischen Gegebenheiten. Und zwar ist er mit einer Größe von 1,75 Meter nicht allzu groß. Dennoch ist er vor allem für sein Alter recht stämmig und gut gebaut. Kann sich also auch physisch echt gut durchsetzen und fliegt da nicht direkt weg, wenn er mal angerempelt wird. Außer er macht es absichtlich, da kann er auch schon mal dazu neigen, den ein oder anderen Freistoß bewusst rauszuholen. Aber um ihn mal noch näher zu beschreiben, für mich hat er zwei ganz klare Stärken, die extrem herausstechen bei ihm und die ihn als Spieler auch mehr oder weniger ausmachen. Das eine ist ganz klar sein Tempo. Sowohl im Antritt als auch in der Endgeschwindigkeit ist er da wirklich einer der schnellsten der Welt. Gehört er absolut schon zur Weltspitze, auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört. Aber das ist natürlich ein Attribut, das man einfach hat. Und er hat es und weiß es meistens auch einzusetzen. Wie in dem Beispiel, da hat er den Ball, legt ihn sich einfach am Gegner vorbei, geht außen um ihn rum und ist da halt einfach so dermaßen schnell, dass er den Ball wieder vor dem Gegner hat und dann eben auch noch in die Box ziehen kann. Und genau dort im Strafraum kommt dann eben seine zweite große Stärke zur Geltung. Und zwar ist das sein Schuss, beziehungsweise seine Schusstechnik. Und die ist echt wirklich sehr gut, was ein bisschen verwundernswert ist, weil ansonsten hat er jetzt nicht unbedingt die beste Technik. Gerade im Kombinationsspiel ist er da wirklich nicht gut eingebunden, beziehungsweise hat er nicht seine Stärken, ist er noch eine Schwäche von ihm. Klar, Tempo-Dribblings hat er auch ab und zu, da kann er sich eigentlich auch gut durchsetzen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber ich würde ihn jetzt nicht als technisch herausragenden Spielerstand jetzt beschreiben. Aber wie gesagt, sein Schuss ist wirklich sehr stark. Der hat vor allem eine enorme Gewalt, was den Schuss angeht. Der haut da immer enorm drauf, zielt nicht mehr unbedingt gut, beziehungsweise oft schlägt er dann einfach oben im Tor ein. Und das ist wirklich sehr kurios, finde ich. Da hat er doch echt eine gute Conversion-Rate, also trifft das Tor mit seinen Schüssen eigentlich meistens. Und dadurch, dass die so gewaltig sind, gehen die dann eben meistens auch rein und lassen dem Torhüter keine Chance. Obwohl sie nicht mal unbedingt meistens so gut platziert sind. Und das finde ich schon so ein bisschen kurios, sieht man nicht allzu oft bei Spielern. Finde ich aber ein cooles Merkmal. Positionstechnisch kommt er eigentlich immer über den rechten Flügel, kam teilweise auch über links, aber auf rechts ist er wirklich besser aufgehoben. Vor allem er ist Rechtsfuß. Seinen linken Fuß, den benutzt er nicht allzu oft und er ist auch nicht allzu gut. Und gerade auf rechts ist es halt genau sein Spiel. Da bekommt er den Ball entweder in die Tiefe oder er legt den Ball selbst am Gegner vorbei und kann dann eben mit seinem steigen rechten Fuß direkt in Richtung Tor ziehen und da den Abschluss suchen mit seinem gewaltigen Schuss. Und genau das macht ihn halt eben aus. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Schwächen bzw. Bereiche, an denen er noch arbeiten muss. Zum einen ist das die Ballkontrolle. Da legt er sich den Ball auch teilweise zu weit vor. Ansonsten, wie gesagt, ist er im Passspiel nicht der beste und auch nicht eingebunden. Und gerade seine Scorer-Zahlen unterstreichen das ja auch nochmal. Hat er deutlich mehr Tore wie Vorlagen und generell bringt er jetzt keine guten Flanken von rechts. Hat er Stand jetzt keine wirklichen Vorbereiterqualitäten und im Abschluss ist es auch so, dass er sich einige Distanzschüsse nimmt. Auch da hat er, wie gesagt, eine gute Schusstechnik. Teilweise klappt es auch, aber ich finde, er nimmt die noch zu oft und viel zu überhastet, wenn man es eigentlich besser ausspielen könnte noch mit der Mannschaft zusammen. Da muss er einfach in der Entscheidungsfindung noch so ein bisschen schauen, dass er sich da verbessert, weil das ist derzeit noch nicht auf Top-Niveau. Ja gut, Top-Niveau ist natürlich ein bisschen vermessen, das einem 17-Jährigen vorzuwerfen, dass er das noch nicht hat in allen Bereichen, der gerade mal seine dritte Saison in Australien spielt beziehungsweise jetzt erst wirklich Stammspieler ist. Aber das bringt uns auch zum Ausblick auf die Zukunft beziehungsweise zum Fazit, wie er eben dem Bayern helfen kann in der Zukunft. Und da muss man sagen, natürlich ist er keine Soforthilfe, auch im kommenden Sommer nicht. Gehe ich zumindest von aus, glaube ich jetzt nicht derzeit. Und da sollte man ihn auch selbst noch ein bisschen aufbauen, sei es über die U19, wo er noch spielen könnte, beziehungsweise vor allem die UEFA Youth League dann, aber vor allem über die zweite Mannschaft in der vierten Liga. Ich glaube, das kommt seinem Niveau dann doch schon recht nah. Klar, da wird er auf jeden Fall gut scoren, einige Tore machen, hoffe ich zumindest. Dann kann er sich darüber empfehlen. Ich meine, den Weg sind jetzt schon andere gegangen, wie Jamal Musiala oder vor allem Alphonso Davies, mit dem er auch oft verglichen wird, weil Davies war ja auch Flügelspieler in der MLS, wurde dann zurückgezogen. Bei Iran Kunda, muss ich sagen, was seine Position betrifft, kann ich mir schon vorstellen, dass er aufgrund seines Tempos und seiner physischen Gegebenheiten vielleicht auch außen verteidigen könnte. Aber dann geht man halt eben ein Risiko ein, dass er seine Schussstärke nicht mehr wirklich einsetzen kann, nur noch sein Tempo und der beste Vorbereiter ist er jetzt auch nicht. Vielleicht entwickelt sich das Ganze noch, deswegen ist eine Prognose hier extrem schwer. Ich würde aber sagen, er muss sich definitiv noch in einigen Bereichen entwickeln, vor allem im technischen Bereich, im Passspiel, weil gerade wenn er dann in der Zukunft als Flügelspieler rechts bei Bayern spielen sollte, gegen tiefstehende Gegner, da könnte er sich enorm schwer tun. Wenn man eben einen tiefen Block aufbrechen muss, kann er sein Tempo nicht einsetzen. Im Passspiel auf engem Raum ist er ja echt nicht gut. Auch das Dribbling ist jetzt nicht das Beste, beziehungsweise wenn er nicht in das Tempo gehen kann, seinen Schuss kann er da auch nicht wirklich einsetzen. Deswegen wäre das schon so eine Problematik. Aber alles in allem kann er sich wirklich noch in allen Bereichen entwickeln. Ich würde da jetzt überhaupt nichts ausschließen. Und grundsätzlich hat er ein enorm hohes Potenzial, das es dann eben in der Zukunft zu entfalten gibt. Da muss Bayern eben einen Plan entwickeln, wie sie das machen. Vielleicht auch über eine Laie. Da muss man eben schauen, wie er dann auch zu München kommt. Geht ja jetzt noch über ein halbes Jahr, bis das Ganze dann eben der Fall ist. Das war soweit auf jeden Fall mal meine kleine Analyse zu Nestori Iran Kunda, der im kommenden Saison nach München stößt. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.